bin ich durch gerannt es geht jetzt ab ich werde von dem komischen flatter viel angriffen verdammt ist für waffe nehme ich jetzt welche waffen nehme ich jetzt nämlich die ich nehme die warum ich kraft und ich fliege durch die gegend okay ich habe irgendwie gerade so keine lust ich glaube man kommt zu dir ich musste ich brauche aber meinen schutz ich würde nicht mehr sterben ich bin mir auch doof du da oben oder was hätten hier noch was zu melden niemand eigentlich alle müssten still sein verdammt die die mit der habe ich schon lange probleme die klagt immer gegen die alimente weißt du ex frau halt die kann einfach nicht loslassen aber gut genug von ex frauen geredet die auch nur irgendwann schweben können weil sie so super duper sind aber ich denke mal hier kommt irgendwie gegner na nicht schon wieder geht immer nur auf mich sie ging auch mal auf mich das ist halt jetzt seine ex frau ist mir auch recht gibt es mir wissen die ich bin nicht so verschwenderen scheinern ich bin nicht so verschwenderen scheinern aber ich merke mit dem granat war schließlich am seltensten oder so jetzt kann ich mir auch mal ein bisschen die money einsammeln auch jetzt nervt nicht leute kommt noch alle dran dürfte alle sterben aber bitte nicht immer von mir weil nicht von meine fresse und ich irgendwie weh auf jemand wie meine minigun voll ist mit blut eklig was tut du nervst genau kannst du dich einfach umkippen du fett sagt aber wir in herzerfettung sterben mann ich bin fies ich bin ein arsch die tür ist verschlossen oh ne hingefallen ja ich weiß nicht irgendwie sind mir das gerade ein paar viele nicht die rodeo mal reiten ok mach das solange ich eigentlich in ruhe lassen werde ok auf die fresse die ganze zeit angestubst zu werden macht auch keinen spaß lasst mich in ruhe viecher alter noch ein leben ich so oft gestorben ist was irgendwie habe ich anscheinend noch noch ein leben übrig genau wie nicht ruhig ja mach du mal mach die ganze zeit ich lass mich die ganze zeit von denen wegziehen wie doch es macht spaß aber nicht wenn du ihn abschießt ich will nicht mehr ich habe nur 13 hp ich werde nicht mehr lange leben wird nicht mehr lange leben ich würde nicht mehr leben auch da ist noch was blaues ich will dahin kam nichts gefunden ja mir doch sowas zu brauchen ich schaue dir doch mal zu ja gut so schnell hat sich das blatt gewendet von wegen angeben von wegen ja man lebt mal lange und hat extrem viele extra leben aber im arsch ich muss sagen du wirst gerade auch ziemlich vergewaltig ne zwei zwei eins ist er kein mini kann und da liegt aber welche glaube ich wenn ich aber ach ne die liegt ja ich wollte gerade sagen die blinken noch für mich das war's mit dir geh nicht so weit raus weil da kommt gerade geh weg schön dass die klären kurz anhalten wenn du dir manchmal so eine quer rast nein ich habe das dicken nicht was meine güte der scheiß kack spaß gemacht dankeschön danke an alle die auch gesundheit geschrieben haben ne ich werde aber die nicht normal machen die mission ja ja ich habe aber gerade ziemliche bedenken so wie hier rumgeschleudert wird und wie viele sind hinter mir ich kann da nicht um dich gucken ich sehe nur das was du siehst rünkt linkiert maustaste latestomenik maustaste ja auf 3 1,2,3 ok NEEEEIN ich habe auch noch keine raketen mehr verdammt es ist sieht grad echt nicht so schön aus ja schön die könnten jetzt alle gerne dahin kommen macht die tür zu ist bescheuert so ok sucht lieber hier noch ein bisschen nach muni nein 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 ok nach muni suchen ist doch keine sie tötet mich sonst so ziel erreicht ich habe die ganzen kies getötet da hinten laufen wir auch noch häufig rum ja pass auf du hast gerade wieder angepümmelt habe ich eben gelesen noch ein leben übrig ich glaube das habe ich gelesen das macht mich fröhlich ohne 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 alleine Ich hab' ich das nicht! Oh nee! Du kannst nur dann still sein, du bist mehr als ich gestorben! Oh nee! André! Lauter, ich darf mir das erlauben! Oh nee! Nicht dein Ernst! André! Sorry, aber ich hasse dich jetzt! Ohohoho! Okay! Nee! Heute nicht mehr! Was, 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 was! Warte ganz kurz! Ich will ganz kurz schauen, wo wir denn wieder anfangen würden! Das willst du gar nicht sehen! Ich wette da bei den ganzen... Ja, was ist das? Na? Nee, heute nicht mehr! Heute nicht mehr! Komm raus! Brutus! Raus! Raus! Warte! 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 Ich zeig dir was! Genau! Wie du dich selbst in die Luft sprengen kannst! Ja! Das kann ich aber besser! Yep! Das kann ich aber besser! Das kann ich aber besser! Yay! Ich bin gestoppt! So! Spiel stoppen! Ja! Man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Part! War auf jeden Fall sehr spannend und aufregend! Ciao Leute!